Ich bin jetzt ein Dieb. Zum Glück habe ich einfach eine Kamera mitgebracht und ein iPad. Warum? Ja? Da sehe ich die TV-Kamera dann. Aber ich dachte jetzt... Au! Ich bin jetzt ein Typ. Ich bin jetzt ein Typ. Hallo? Ja, hier sind die TV-Kamera, ich bin jetzt! Hallo? Ja, hier sind die TV-Kamera, ich bin jetzt. Halt, 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 Halt! Halt, Halt, Halt! Was? Der hat eingeschafft. Teddy, komm, du kannst es in Gefängnis, ja? Und du kannst nicht passieren bei dem Auto, ja? Okay, du gehst auf Halt, Gefängnis, ja? Teddy, du gehst auf der Dase. Und du und die Sterilisierer sind Gefängnis, ja? Guck! Ich hab mit euch auf die Starts drehen! Halt! Die Standtkart, Halt, Saiz! Das war's ja. Oh mein Gott, ich hab mit euch auf die Starts drehen! Oh mein Gott, ich werde auf das Breche, Oh mein Gott, ich werde noch mehr gehen. Ich werde nicht mehr gehen und eine Chance machen haben. Ich werde schon mal gehen. Weil ich habe einen Geist. Weil ich immer noch ich jetzt 5proze und 5proze. Vielen Dank.